Und damit herzlich willkommen, mal wieder zum Tuxflash. Hallo Hauke, hallo Jean. Hallo Michael, Grüße aus dem Norden in den Norden. Jetzt können wir ja so das bekloppte Spiel, was wir quasi immer machen. Weiß ich nicht, wie nah müssen wir eigentlich dran? Geht so? Okay, muss man wirklich. Grüße aus dem Norden in den Norden. Können wir diesmal das bekloppte Spiel ja ohne, dass wir jetzt sagen, in den Osten und in den Süden machen. So, genau. Also schön, dass ihr da seid, auch vor Ort dieses Mal. Premiere, dass wir beim Tuxflash mal zusammensitzen. Das ist wirklich das allererste Mal. Ja, gut. Okay, dann reichen wir mal durch. Wir haben durchreichend hier. Ich danke. Tatsächlich sehen wir uns als Trio das erste Mal live. Also wir haben uns gestern das erste Mal alle zu dritt live gesehen, immer mal unterschiedlich. Wobei ihr beide habt euch noch gar nicht live gesehen, immer nur über die verpixelte Kamera. Und vielleicht, wenn ihr dieses Format oder uns noch nicht kennt, vielleicht eine ganz, ganz kurze Vorstellungsrunde. Mein Name ist Jean. Ich habe so einen YouTube-Kanal im Bereich Linux und studiere aktuell noch Informatik fertig. Dann können wir vielleicht mal ganz kurz... Genau. Ich bin Micha. Ich habe sowas wie einen Twitch-Kanal und mache eigentlich so hauptberuflich Computer. Die Formulierung finde ich gut. Ja, ich mache auch hauptberuflich Computer und ja, also wir machen einmal hier zu zweit bei Linux Guides jede Woche dienstags 19.30 Uhr, also fast jeden Dienstag, zusammen eine Live-Sendung und verschiedene Linux-Themen natürlich. Und den Tux-Flash, den gibt es seit Anfang des Jahres auch in dieser Konstellation, wenn nicht gerade jemand eine Stream-Pause macht. Ansonsten machen wir das dann auch zu dritt. Genau. Stimmt, ich habe gar nicht gesagt, wer ich bin. Also ich bin Hauke, habe auch einen eigenen YouTube-Kanal, nicht der weiß seit letzter Schluss. Ja, genau. Aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen. So, wir haben ein tolles Thema und das Thema ist... Immer dieses Kabel. Ja, genau. Und wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten, wie denn aktuell der Umstieg bzw. der Zustand in der Industrie bei Unternehmen bezüglich Open-Source-Software ist. Das heißt, wo wird aktuelle Open-Source-Software eingesetzt und vor allen Dingen, was sind die aktuellen Herausforderungen? Und genau, darüber möchten wir uns in den kommenden, ja, noch 45 Minuten unterhalten. Und da würde ich sagen, ich weiß nicht, wie wir es geplant haben, vielleicht auch der ein oder andere Einwurf von dem Podium. Nee, Podium sind wir, oder? Das heißt, von den Zuschauern sind auch sehr, sehr gerne erwünscht, einfach die Hand heben und dann wiederholen wir das ganz, ganz kurz für die Kamera dann nochmal. Ja, hat jemand direkt einen schönen Einstieg? Sonst fange ich einfach mal an. Ich bin auf das Thema gekommen. Ich beschäftige mich gerade damit sehr, sehr viel. Ich bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen, natürlich auch in dem Bereich und natürlich die hauptsächliche Aufgabe, die ich mir gesetzt habe, ist Open-Source und vor allem freie Software weiter zu verbreiten, zugänglicher zu machen und dadurch am Ende auch, ich sage mal, Unternehmen weiter voranzubringen, ihre IT digital souverän, nennt man das ja immer, zu gestalten. Da bin ich noch relativ am Anfang. Ich beschäftige mich vielleicht seit zwei, drei Jahren mit der Server-Administration im Allgemeinen und bin da im Server-Bereich unterwegs, habe mal in den Nextcloud mit drauf, in meinem IT-Konzept, Kollaborer, Online-Backups, dass es richtig läuft und so weiter. Und da sind immer mal wieder so, ja, die altbekannten Problemchen aufgetreten und die würde ich einfach mal so ein bisschen besprechen. Vielleicht das erste von weg, Industrieformate bezüglich Office-Software. Wir hatten gestern einen sehr, sehr schönen Vortrag von Klaus, der hat mal LibreOffice mit Excel verglichen von den Funktionen her. Bis auf eine einzige Funktion ist eigentlich so ziemlich alles mit drin, hat er so getestet. Allerdings ist die Zugänglichkeit und die Bedienung noch etwas ausbaufähig. Da hängen wir beispielsweise sehr hinten dran und was auch ein Riesenproblem ist, ist eben die Unterstützung beispielsweise von Excel-Tabellen in freier Software, sage ich mal generell, von Word her gesehen. Da gibt es natürlich verschiedene Alternativen, die auch sogar kommerziell sind. Softmaker Office empfehle ich dann den meisten. Das ist aber auch nur zum gewissen, ich sage mal Punkt, ganz gut. Da gab es immer auch mal wieder Probleme und da ist vielleicht mal die erste Frage oder vielleicht wie bewertet ihr das auch? Wie können wir da wettbewerbsfähiger werden, indem wir eine fast zu 100% kompatible Kompatibilität zu den Industrieformaten schaffen? Weil sonst ist der Umstieg immer mit Hürden oder mit größeren Hürden verbunden und ich denke, das ist ein ganz, ganz neutrales Feature, was wir auch immer gerne, wenn wir im Open-Source-Bereich unterwegs sind, gar nicht so sehen. Wir nutzen wahrscheinlich die meisten von uns LibreOffice oder einfach mal die Hand heben. Wer nutzt von euch hauptsächlich LibreOffice zum Arbeiten? Das ist die Mehrheit, ich sage mal 80, 90%. Und der Rest nutzt was? Oder auch LibreOffice, wer hat sich nicht gemeldet? Oder einfach mal reinwerfen, ja? Microsoft, ist ja auch voll okay. Aber genau, also wir haben meistens das Problem gar nicht, weil wir ja nur in diesem Kosmos sind, aber dieser Umstieg, der ist extrem schwierig. Und ich habe jetzt letztens in der LibreOffice Mitteilungen gelesen, in Anführungszeichen, bei linuxnews.de war es, wo die gesagt haben, ja gut, okay, also es kommen immer so ganz, ganz kleine Verbesserungen, aber so ein riesiger Change in LibreOffice ist in den nächsten Jahren nicht geplant. Und da habe ich so ein bisschen die Angst, dass wir da vielleicht, ja, uns zu sehr ausruhen vielleicht und man doch ein bisschen mehr Gas geben könnte. Was ist da vielleicht eure Meinung dazu? Und ich würde es einfach mal weitergeben als Mikrofon. So direkt spontan ist es nicht, aber man kennt es ja von mir, ich bin ja eher so philosophisch-mystisch unterwegs in meinen Ausführungen. Das, was ich immer vertrete und verfechte, ist offene Standards und interoperable Lösungen. Aber wie wir jetzt als Open-Source-Community quasi an die geschlossenen Lösungen rankommen, kann ich so auch noch nicht sagen. Also da ist ja quasi der Hebel oder die Hebelwirkung bei jemand anders. Also wir können quasi nur so kompatibel wie möglich werden durch Community-Anstrebungen oder Anstrengungen, aber so ad hoc fällt mir sonst nichts ein. Also da sind wir so ein bisschen am falschen Ende des Hebels gerade. Um zumindest auf deinen Punkt dort einzugehen, würde ich jetzt sagen. Ist mehr oder weniger eine Anekdote. Also so grob erinnere ich mich noch daran, es gab so eine Standardisierungsbestrebung. Also da gab es, also das gibt es natürlich immer noch, die Formate, die in LibreOffice drin sind, die sind ja auch irgendwie XML-basiert. Und letztendlich ist eine ZIP-Datei, wo XML und Zeugs drin ist. Und dann gab es von Microsoft auch den Vorschlag, ihr Format, also das Format zu öffnen, ist auch irgendwie XML-basiert. Und wem gehörte damals, wer hat es gerade damals gekauft? Gehörte es schon Red Hat? Also OpenOffice ist ja, oder erst war es ja StarOffice, dann war es OpenOffice. Und dann hat es Sun gekauft und dann ist es ja irgendwann weitergegangen. Und Oracle. Und das gab, also irgendwie habe ich im Hinterkopf noch das IBM, um das zu demonstrieren. Unser Standard, so ein Stapel Papier. Und der Standard von Microsoft, die Beschreibung dazu, war so ein Stapel Papier. Einfach mal, guckt euch das mal an. Und es macht prinzipiell dasselbe. Und Microsoft hat es irgendwie sehr gut geschafft, zwar einen offenen Standard zu machen, den man theoretisch auch lesen kann. Aber der ist so kompliziert, dass man ihn nicht sinnvoll implementieren kann. Also es ist so gewollt, dass das einfach nicht funktioniert. Das ist das Geschäftsmodell von Microsoft, dass es nicht funktioniert. Die Frage dabei, finde ich, ist eigentlich eher diese Austauschformate, ob man nicht einfach was Einfaches nimmt. Und dass man was anderes definiert oder dass Dinge, die früher quasi Anwendungen selbst waren, insgesamt ins Web wandern, in eine einfache Variante, in der man auch zufrieden ist damit. Also man braucht den Funktionsumfang nicht. Würde ich sagen, dass die meisten das bei Office überhaupt nicht brauchen und damit auch überhaupt nicht umgehen können. Also ich kenne sehr viele Leute, die davon einfach komplett überfordert sind, von den Microsoft-Produkten. Die sind viel zu kompliziert. Die haben ihren Pfad durch diesen Dschungel gewählt. Das und das darf ich anklicken. Das nicht. Schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Nie wieder anfassen, fliegt mir auseinander. Und dass man vielleicht, also ich habe mit Office-Formaten insofern wenig zu tun. Eigentlich gar nichts. Ich kriege PDFs. Dann weiß ich genau, aha, so sieht das aus. Das ist exakt ja so, wie ich es haben will. Das ist nur ein reines Ausgabe-Format. Also diese Zwischenformate kriege ich eigentlich gar nicht. Von daher habe ich an sich keine Schmerzen damit, weil es in meiner Blase nicht so vorkommt. Ich nehme es einfach mal wieder. Ja genau, das ist das Ding. In unserer Blase selber haben wir gar kein Problem, das rumzusenden. Aber wenn jetzt Unternehmen oder auch Privatpersonen teilweise das umstellen wollen, dann haben wir halt teilweise diese Kompatibilitäts-Issues. Und meiner Ansicht nach ist es eigentlich schon Anspruch, dass wir irgendwie versuchen, da den Weg einfacher zu machen. Man muss ja nicht komplett alle, also irgendwie muss man die natürlich unterstützen, diese Excel-Formate. Man kann es aber auch so machen, okay, man hat einen gescheiten Konverter, der beispielsweise sowas, solche Excel-Tabellen, solche Excel. Ich bleibe mal bei dem Excel-Beispiel, geht natürlich für die anderen auch. Weil die Funktionen sind ja eigentlich da, dass man das halt gescheit konvertiert. Aber da gibt es, ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr undankbare Aufgabe und wahrscheinlich auch gar nicht so richtig mit einem Geschäftsmodell erstmal versehen, weil das kostet schon viel Geld. Und so erstmal traut sich da wahrscheinlich weniger oder weniger Leute ran, weil natürlich das einfach auch riesig, du hast ja x-Funktionen in Excel oder generell auch in LibreOffice Calc. Und das alles dann so umzustellen, Microsoft ändert das ja auch immer mal wieder. Aber eins muss man sagen, ich meine, Google Docs ist da schon beispielsweise, die sind da jetzt auch nicht Microsoft, haben sich eigentlich in den letzten Jahren, so was ich immer mitbekomme, auch immer sehr gemausert. Und auch als Alternative. Und die haben ja diese Konvertierung hinbekommen. Gut, wir sind nicht Google, aber vielleicht kriegt man da so einen neuen Anstoß hin, und ja, dass wir vielleicht dieses Problem wenigstens etwas angehen. Für uns selber nützt es wenig, aber für den Umstieg, ich glaube, erleichtert es einiges. Und auch die Interoperabilität mit anderen Unternehmen ist da ein bisschen entspannter. Hat jemand von euch vielleicht eine Meinung dazu oder einen Gedanken dazu? Sehr cool. Ja. Und ich glaube, das könnte man ein bisschen erreichen, wenn man in der öffentlichen Hand. in den deutschen Deutschland eben, der ist in den Form, den es oben drauf verweist. Und wenn da so etwas vorgelegt wird, dann auch privat ist, der in den Land vielleicht nicht, dass es andere nicht hat. Aber auch das ist natürlich, die Leute hatten wir ja, aber alles nicht, das ist ja nicht. Und es wird ja dann auch sehr wenig gewesen, dass es da ist. Es müsste viel mehr gepuscht werden, dass es in den Hand an geht. Ja, vielleicht die kurze Wiederholung. Für Privatanwender sollte es nicht so schwierig sein. Für Unternehmen mit der Interoperabilität ist das nochmal anders. Und Schleswig-Holstein arbeitet da ja dort. Aber das geschieht ja auch teilweise in den einzelnen Bundesländern nochmal einzeln. Und ja, meiner Ansicht nach fehlt da, vielleicht wenn ich da anschließen kann, so eine große globale Initiative. Weil das haben wir ja nicht hier in Schleswig-Holstein, nicht in Deutschland, haben wir eigentlich global. Und da gibt es ja verschiedene Projekte, die das versuchen, so weit zu unterstützen. Only Office, ich weiß nicht, kennen vielleicht ein paar von euch. Das meine ich, ist aber auch nur zu teilen Open Source. Da gibt es irgendwelche Komponenten drunter, die dann da eher Closed Source sind, sagen wir es mal so. Aber ja, sowas braucht wahrscheinlich auch einfach vielleicht noch ein bisschen Zeit, wenn wir so sehen, was sich in den letzten zehn Jahren vielleicht alles getan hat, wie gut wir da eigentlich mittlerweile rumkommen. Ja, aber ich denke, wir sollten uns da auf jeden Fall nicht ausruhen. Und ich finde, ich halte den Weg von LibreOffice ein bisschen, ja, die ruhen sich zu sehr aus auf ihrem Ross, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht ist es auch nur sehr meine private Meinung. Ja, haben wir noch zu diesem Dokumentthema noch mal einen Gedanken, eine Meinung? Das Problem ist ja auch, dass es nicht nur die Formate an sich sind, sondern in den Excel-Details sind in der VBA-Makros-Kontaktivität, die man will, also Makros ist ein ganz großes Thema zum einen, und zum anderen ist es ja nicht nur die Anwendung an sich, sondern auch gerade im Zusammenhang mit SharePoint, mit der Autopublikation, mit der Möglichkeit, an den die man mit Schauspielschichten ranzugehen. Und ich glaube nicht, dass es die heutige Frage noch wirklich reicht, dass in einer Anwendung die Gesichter betrachtet werden, dass wir wirklich ein alternativer Ökosystem bereichern können, was kompatibel ist und was wir wirklich auch brauchen. Ja, also für die Aufnahme und für die Live-Zuschauer nebenbei, hi, ins Internet. Es hängt nicht nur an einer Anwendung, es hängt an dem ganzen Ökosystem. Stimme ich dir voll zu, da ist ein guter Punkt. Und das Erste war, ja, es gibt viele Makros und so weiter, die ja teilweise halt eben noch nicht funktionieren, beziehungsweise mit VBA auch, mit Excel ist unter Linux, mit LibreOffice beispielsweise relativ schwer. Ja, ja, wenn du das schon anstößt, so ein komplettes MS 365 vielleicht oder Google Workspace nachzubauen, da gibt es ja verschiedene Initiativen. Einmal macht das ja so ein bisschen Dataport mit ihrem Linux-Arbeitsplatz, würde ich mal sagen, für die öffentliche Verwaltung. Haben wir gerade jemanden von Dataport da sitzen? Nein, die sind alle unten. Genau, die machen das. Beispielsweise ich habe mir das tatsächlich auch so ein bisschen als Aufgabe genommen. Nicht für Riesenunternehmen bis jetzt, da habe ich noch nicht die Manpower und auch noch nicht das Wissen zu. Ich lerne da auch ganz viel dazu aktuell. Aber so für Unternehmen bis zu 50 Leute setze ich gerade solche konkreten Konzepte um. Und da habe ich so ein fertiges Konzept beispielsweise gebaut. Wir haben ja die verschiedenen Open-Source-Lösungen. Wir haben einmal Nextcloud, wir haben Collabora. Was ich hauptsächlich nutze. Manche wollen ja Only-Office. Das funktioniert ein bisschen besser mit Excel. Was das Problem bei Collabora ist, du kannst keine Zellen schützen beispielsweise. Das ist ein Feature, was vor drei Jahren auch schon angefragt wurde. Ja, der Issue ist immer noch offen und irgendwie unkommentiert. Naja, vielleicht haben die auch Manpower-Stärke, sage ich mal. Oder fehlende Manpower. Ich habe tatsächlich so ein Gesamtkonzept mit Umstieg, ich sage mal, auch mit einer Schulung generell entworfen. Aber das läuft natürlich langsam an. Und ich bin am Ende auch aktuell alleine, vielleicht zu zweit, kann man sagen. Aber ja, da gibt es verschiedene, vielleicht Initiativen, so kleinere. Aber so das Ding haben wir nicht. Ich glaube, das ist auch wieder das, ja, einfach der Umstand, sage ich jetzt einfach mal, dass jeder auch so ein bisschen vielleicht seinen eigenen Brei kochen möchte. Und das sehen wir an den verschiedenen Projekten. Es gibt Alternativen dazu. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Desktops wir haben. Wie viele Distributionen haben wir, glaube ich, alle aufgehört zu zählen. Und da gibt es ja auch in den Programmen teilweise schon Unterschiede. Und da gibt es ja nur wenig Projekte, die das wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal haben. Ich würde vielleicht sogar noch LibreOffice oder Thunderbird oder so. Wobei, da hast du auch wieder super viele Alternativen. Also ist natürlich gut, dass man diese Vielfalt hat. Allerdings, wenn sich die Leute ein bisschen mehr zusammentun, könnte das hilfreicher sein. Und da sind vielleicht auch solche Veranstaltungen, wie wir hier gerade sind, die Kieler Linux-Tage, auch genau der perfekte Ort, sich da miteinander zu connecten und von Synergie-Effekten zu profitieren. Ich habe jetzt ganz, ganz viel geredet. Wollt ihr was reden? Oder einen Kommentar, ja? Vielleicht nochmal ein bisschen ganz allgemeiner. Also ich habe ja, also ich kenne verschiedene Leute aus verschiedenen Bereichen und aus dem Bereich so öffentlicher Dienst höre ich eigentlich immer wieder so die Klagen mit, also da wird ja natürlich sehr viel Microsoft eingesetzt und die Leute sind häufig davon überfordert, mit den Produkten umzugehen, so wie sie jetzt einfach sind. Und über die Jahre, Jahrzehnte haben sich da so Insellösungen rauskristallisiert. Also die eine Abteilung hat dann hier was gebastelt, die andere Abteilung hat was anderes gebastelt. Das ist vielleicht dann so ähnlich, aber irgendwie anders. Und in jeder einzelnen Abteilung weiß man bloß, wie die eigene Lösung funktioniert, weil das die Makros sind, die der Kollege, der schon längst in Rente ist, irgendwann mal gebaut hat und da darf auch nicht dran gerührt werden, weil das geht sonst alles kaputt. Und auch eine ziemlich große Hilflosigkeit, also die in der Verwaltung, also ich sage jetzt einfach mal Verwaltung dazu, die dort arbeiten, das sind ja keine IT-Fachkräfte. Also die wollen einfach bloß irgendein Arbeitswerkzeug haben, was funktioniert, was heute funktioniert, was morgen funktioniert und was übermorgen genauso funktioniert. Die wollen insgesamt überhaupt keinen Wechsel. Und wenn man jetzt vielleicht versuchen würde, diesen ganzen Wildwuchs auf was runterzubrechen, was exakt die Funktionen abbildet, die man wirklich braucht, dann braucht man vielleicht diese ganzen komplizierten Oberflächen, wo man irgendwo falsch abbiegen kann und auf einmal ist das Fenster weg. Also solche Anekdoten kriege ich auch zu hören, wo dann der eine Kollege wirklich der absolute Held in der Abteilung ist, weil er das verschobene Fenster wieder auf den Bildschirm zaubern kann. Das klingt für uns total bekloppt, aber das sind dort vor Ort wirklich die Probleme, weil die Leute damit nicht wirklich umgehen können. Das sind keine IT-Leute. Oder eine andere Anekdote ist, ich glaube, sie ist warm. Alte Formulare, die noch analog sind, A4-Blatt mit so einem Vordruck. Da haben sie immer schön 19 durchgestrichen, also 1900 irgendwas durchgestrichen, 20 per Hand drüber die Jahreszahl ergänzt. Also so wird in einigen Behörden gearbeitet. Weil diese ganzen Abläufe sind wahnsinnig kompliziert. Und man hält einige wirklich von der Arbeit, die sie eigentlich leisten sollten, auch ab durch diese verkomplizierten Dinge. Und Schulungen gibt es wohl auch relativ selten. Und es ist einfach zu kompliziert für viele. Also es sind keine IT-Leute. Wenn man da insgesamt wirklich was Einfacheres machen würde, diese Maske hier, die kannst du nicht verschieben. Die ist immer auf deinem Bildschirm. Da trägst du das schön der Reihe nach ein und kriegst hinterher dein Ergebnis. Dann hätte man auch bei den Nutzern eine gewisse Sicherheit. Du kannst da nicht so viel falsch machen. Das ist nur dein Fachgebiet. Das spricht deine Fachsprache. Ob du jetzt beim Finanzamt arbeitest oder bei der Annahmestelle für Giftstoffe oder was weiß ich irgendwas. Mit ihren Fachbegriffen können sie ja umgehen. Aber wenn da irgendwelche obskuren IT-Fragen kommen, dann sind sie halt ziemlich aufgeschmissen. Also dass man das wirklich komplett anders angeht, Web-Services macht, was Projekt Phönix ja auch macht. Aber vielleicht auch wieder in einer Komplexität, die viel zu hoch ist, dass es wieder für IT-Menschen gedacht ist. Also von IT-Menschen natürlich entworfen, für IT-Menschen gedacht als Zielgruppe. Aber die Zielgruppe ist ja eigentlich gar nicht IT, sondern wirklich Leute, die komplett anderen Background haben, die andere Dinge eigentlich lösen wollen. Oder was ihr Job ist, was sie tun sollten. Vielleicht andere Richtungen, die man da einschlagen müsste. Ja, dem würde ich mich anschließen. Vielleicht ist es sogar so, dass es einfach genau für das, was du gerade gesagt hast, Hauke, zu wenig Manpower gibt oder noch nicht den richtigen Beruf. Dass es wirklich jemanden gibt, der solche Projekte wirklich soweit begleitet und einfach das Wissen adäquat vermitteln kann. Weil, kurze Anekdote, bei uns in der Firma heißt sowas betreutes Klicken, das wollen die Kunden manchmal. Also es ist wirklich so, kommt für uns selber eher ein bisschen doof vor, aber die sind sich da unsicher. Und dahingehend muss irgendwo die Brücke geschlagen werden, sage ich mal. Und damit kann ich mich nur anschließen. Ja, ich würde vielleicht auch nochmal einen Umstand reinwerfen, den wir in der Open-Source-Welt gerade eigentlich allgegenwärtig haben. Wir haben teilweise eine sehr, sehr schwere Zugänglichkeit von den Services. Du hast ja gemeint, Hauke, die Web-Services beispielsweise sollte am besten, vielleicht in Anführungszeichen, am besten alles im Web-Browser laufen. Es gibt ja auch viele Projekte, aber da gibt es erstens nichts Fertiges. Und ich sage mal so, Microsoft und Google sind uns da meilenweit voraus. Du musst nur deine Kreditkartennummer eingeben, einmal hinklicken und dann hast du hier deinen Arbeitsplatz für, weiß ich nicht, 100, 200 Mitarbeiter schon fertig. Und ich glaube, es ist schon in gewisser Weise ein Anspruch, also wir müssen zu den Leuten vielleicht auch manchmal kommen, nicht, dass die Leute zu uns kommen, dass wir sowas in die Richtung bieten. Also ganz genau wird es wahrscheinlich nicht so funktionieren. Aber ja, das ist beispielsweise auch so ein Projekt, was ich mir vorgenommen habe, so ein Ein-Klick-Installer für den Server, das dann am Ende alles läuft. Gibt es ja auch verschiedene Firmen oder Projekte, die das machen. Die Menschen fällt mir da ein, die haben ja so einen kompletten Server mit ganz vielen Apps. Das ist meiner Ansicht nach aber immer noch zu viel Geklicke. Ich sage mal für diesen Standard, weil Google und Microsoft, die haben es geschafft, ein Standardprodukt zu entwerfen. Was, womit 90, 95 Prozent der Leute erstmal klarkommen, dann kann man das natürlich noch erweitern oder anpassen oder jeder hat dann auch seine eigenen Sachen. Aber die haben es geschafft, so einen Standard festzulegen, in Anführungszeichen, den sie ganz, ganz viele Unternehmen rausspielen können, was am Ende für die meisten auch reicht. Und ich glaube, das könnte und sollte vielleicht auch eine Anforderung für uns sein, das viel, viel einfacher zugänglich zu machen. Aktuell natürlich, du musst auch erstmal ein Unternehmen finden, was dann auch aktuell, ich sage mal, die Kapazitäten hat, dann für solche Umstellungen. Wir haben da, glaube ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich in den anderen Industriezweigen sieht es auch nicht besser aus, aber es gibt ja sehr, sehr viele Unternehmen hier auch, die neue Mitarbeiter suchen. Kleiner Hinweis an unsere Jobwand unten. Dort gibt es ganz viele Jobs, die zu vergeben sind. Von daher schaut da gerne mal ran. Hier offline, aber auch online, meine ich, müsste es auch sein, auf keylooks.de. Und ich glaube, das ist so einer dieser Hauptsachen, wenn wir das versuchen, einfach an die Leute auszuspielen, dass wir da doch ganz andere Skaleneffekte nochmal erreichen können. Schulung ist wichtig. Ich habe das Gefühl, da kümmern sich manchmal auch die Dokumentationen von den, oder die Programmierer von den Dokumentationen vielleicht auch gar nicht so gut. Ich sage mal, die sind manchmal etwas ausbaufähig. Wobei LibreOffice da beispielsweise schon eigentlich relativ gut ist. Die haben hier so eine HTML-Klops irgendwie. Ich glaube, der wird auch immer standardmäßig mitinstalliert. Da regt man schon viel raus. Aber ich denke, das ist ja alles noch sehr, sehr, es gibt einfach nichts, nichts komplett. Und das, glaube ich, ist eine der großen Hemmschwellen, die wir aktuell haben. Und dann ist die Frage, okay, was nimmt man jetzt? Also, wenn jemand sagt, okay, ich möchte jetzt freie Software oder auf Linux wechseln, je nachdem. Ja, welche Dienste nimmt man dann? Da hat man ja auch dann, ich sage mal, 20 verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht, das mal alles, ich sage mal, in ein Konzept zusammenzudampfen und dann relativ einfach zu vervielfältigen. Aber gut, da fehlt, glaube ich, auch so ein bisschen die Manpower. Und man muss natürlich auch schauen, wie kommt am Ende auch das Geld rein? Weil wir leben am Ende auch nicht alle von Luft und Liebe. Wenn ich damit meine Miete bezahlen kann, mache ich das gerne. Aktuell geht es noch nicht. Genau, das wäre jetzt eigentlich so mein Punkt gewesen, den ich für heute so ein bisschen vorbereitet habe. Habt ihr vielleicht nochmal Anschlussgedanken? Oder aus dem Publikum vielleicht nochmal? Das wäre natürlich die eine Variante. Also, wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Das machen wir ja auch. Naja, also wir bereiten uns normalerweise vor den Streams so fünf Minuten vorher irgendwie vor, so ungefähr. Das ist meistens ja relativ spontan. Ich dachte, es geht so ein bisschen in die andere Richtung. Also ich hätte jetzt, bevor du jetzt angefangen hättest mit Office-Sachen, hätte ich gesagt, viele Unternehmen benutzen Open Source ganz selbstverständlich. Vielfach auch ohne es einfach zu wissen. Also irgendwelche Komponenten, egal wo man hinguckt, sind normalerweise drin. Ob das jetzt hier Schleichwerbung, Fritzbox ist in Unternehmen, die da irgendwo verteilt werden oder andere Embedded-Geräte. Das ist heute einfach Standard in vielen Teilen. Also der Desktop- und Office-Bereich, also das gibt ja diesen Witz da, naja, nächstes Jahr ist bestimmt das Jahr des Linux-Desktops. Da habe ich dann in den Jahren davor gesagt, naja, wie lange hat man überhaupt noch einen Desktop? Hat sich das Konzept als solches vielleicht komplett gegeben? Von daher sind wir insgesamt gut vertreten in sehr, sehr vielen Bereichen einfach. Das ist einfach so. Im Office-Bereich nun mal nicht. Und viele Firmen integrieren in ihre Produkte auch ganz selbstverständlich Open Source-Software. Viele, also die Richtung, die ich jetzt einschleißen, ein bisschen anders. Also von den Lizenzen her kann man auch viele Komponenten direkt übernehmen, ohne dass man es hinterher wieder veröffentlichen müsste. Das ist für viele Firmen natürlich super. Irgendjemand hat für die schon mal das Problem gelöst. Die können das einfach einbauen und dann läuft das. Super Sache, spart man natürlich Arbeitskräfte, Arbeitszeit, Kosten und so weiter. Super Sache. Und von daher, Open Source ist eigentlich fast überall so angekommen. Also das ist überhaupt nichts, auch nicht wirklich neu. Sobald ein Unternehmen sehen kann, naja, da können wir Kosten sparen, dann wird versucht, diesen Pfad einzuschlagen. Das wäre sonst eher so die Richtung, die ich jetzt gedacht hätte, in die es geht. Aber genau, das wäre jetzt nochmal mein Punkt, komplett andere Richtung. Und dann haben wir noch philosophisch was dazu. Nee, das nur nicht. Aber lass uns doch mal den Weg einschlagen, den du vorgegeben hast. Ich finde das nämlich gar nicht schlecht. Und Open Source an sich ist in der Businesswelt so weit etabliert. Wenn wir uns mal Produkte angucken, wie Copano als Mail-Server oder Exchange-Alternative. Jetzt fehlen mir die anderen Produkte. Proxmox als Virtualisierungs-Hypervisor. Aber, ha, bin noch drauf gekommen. Und da gibt es noch manchfaltige Uncloud, Nextcloud, das wird doch alles schon genutzt. Und das einzige Problem ist Office. Und da hat ja schon Microsoft wirklich seit Ewigkeiten die Hand drauf und lässt sich da schlecht reingucken. Aber ansonsten hast du prinzipiell auch recht, das ist etabliert. Und da gibt es auch verrückteste Lizenzmodelle. Es gibt auch Telefonanlagen auf Open Source-Basis. Da sind wir eigentlich überall schon dran. Es ist halt auch aus meiner Erfahrung aus der Arbeitswelt, es ist halt einfacher, das Komplettpaket von Microsoft zu nehmen und aus nichts viel Geld zu verdienen durch Lizenzen beziehungsweise Lizenzmargen. Aber mein Punkt ist halt eher, lieber doch wirklich offen und frei zu sein mit Open Source-Produkten und das Geld dann über die Dienstleistung und die Brainware sozusagen reinzukriegen. Und da sind wir eigentlich schon gut an dem Punkt aufgestellt. Also da gibt es recht viele, ich weiß jetzt gar nicht, wer von beiden vorne die Kollegen von Dataport ins Spiel gebracht haben, die da zumindest hier regional ziemlich weit vorne sind. Du warst das. Genau. Also von daher, da gibt es ja schon Vorreiterprojekte und Modelle und da muss ja noch viel mehr getan werden. Und da machst du ja eh mit deinem Konzept einiges richtig. Naja, ist noch ein weiter Weg, sage ich mal. Also ist erst seit Januar, sage ich mal, gestartet. Wir haben eine Meldung aus dem Zwischenraum. Also Datenschutzkonformität unter MS 360, ja. Ich habe mich da mal ein bisschen informiert, weil ich da natürlich auch genau ansetze. Mein Konzept ist tatsächlich so, dass eigentlich alles beim Unternehmen selber liegt. Dass die Hardware beim Unternehmen selber liegt und so weiter. Und tatsächlich das Witzige ist, nach fünf Jahren, ich habe das mal ein bisschen ausgerechnet, amortisiert sich das sowas von, dass du eigentlich bei MS 360 viel mehr zahlst. Das ist der Punkt. Also du hast tatsächlich schon so einen Punkt, wo man reingehen kann. Auch mit den Dienstleistungen und so weiter. Gut, wir sind noch relativ günstig. Aber bezüglich Datenschutzkonformität, das Ding ist, die sind da auch dran, Microsoft, muss man ganz klar sagen. Sie sagen, die Datencenter sind nur in Deutschland und dies und jenes, die versuchen sich da auch anzupassen. Klar, natürlich müssen sie auch in gewisser Weise. Und ich denke, darauf können wir nur zum gewissen Teil setzen. Klar, man teilt sich das Ding im Rechenzentrum mit, keine Ahnung, tausend Millionen vielleicht anderen Nutzern und so weiter. Aber meiner Ansicht nach können wir darauf setzen, dass man ganz unabhängig von einem großen Big Player ist, der nicht die Funktionen irgendwie mal hinter dem Bezahlschrank nochmal packt, die sehen es. Das sind ganz, ganz große Sachen. Die Daten sind da. Was ich immer noch anbringe, ist die Upload- und Download-Geschwindigkeit, wenn das Ding im eigenen Haus läuft. Das ist unglaublich. Vor allen Dingen hier in Deutschland ein sehr guter Verkaufsgrund, muss ich sagen. Noch mal zum Thema Open Source in der Industrie. Microsoft hat ja inzwischen seltener drei Linux-Distributionen veröffentlicht, die für die LL-Transportion. Frau Schell, ab der so ein B0 ist Open Source, .NET Core ist, glaube ich, auch Open Source. Also Microsoft setzt sehr viel auf Open Source. Mal gucken, wann der erst der Linus kommt. Ja, für die Aufnahme. Microsoft setzt sehr viel auf Open Source. Sogar verschiedene Linux-Distributionen schon, .NET Core und so weiter. Ja, also Microsoft springt meiner Ansicht nach auch auf den Zug auf. Sie haben ja GitHub gekauft, das ist ja auch nicht ohne Grund. Und eins muss ich sagen, klar, GitHub gehört jetzt Microsoft, aber die haben die Funktion seitdem schon eher, ich sag mal, sie haben GitHub genommen und meiner Ansicht nach sogar zu einem besseren Produkt nochmal gemacht und es ausgebaut. Wobei ich jetzt langfristig da auch weggehen möchte, aber das hat einfach, es sind nicht die Funktionen, es ist generell diese Abhängigkeit von in diesem Big Player. Und das wird Microsoft nicht abstellen können, ja, ganz klar. Aber meiner Ansicht nach, ich glaube, können wir da noch sehr, sehr viel holen und ist das Rennen auch auf jeden Fall noch nicht gewonnen, wenn man sieht, wie Unternehmen aktuell noch arbeiten teilweise, vor allen Dingen hier auch in Deutschland. Und ja, da liegt auf jeden Fall noch ein großer Weg vor uns und ich denke, mit den richtigen Ansätzen, mit den richtigen Synergien kommt man da auch in kurzer Zeit relativ weit. Und ja, da sind wir eigentlich schon wieder. Du bist ja eigentlich ganz anders gestartet, schon wieder in die Richtung gelandet. Und vielleicht auch nochmal zu dem Punkt, ihr sagt, ja, überall ist schon Open Source. Das mag ja sein, dass überall Open Source ist und ich finde es super, dass das Web so frei ist, wie wir es aktuell noch haben. Und auch die Verschlüsselungsprotokolle, das ist meiner Ansicht nach ein sehr, sehr wichtiger Grundpfeiler, der hoffentlich auch so bleibt. Aber ich finde, da ist noch super viel zu tun. Wenn du schaust in die Schulen, die es jenes, dort ist tatsächlich Linux sehr, sehr selten drin. Und aktuell, also ich kriege das von einem Elternteil, wir schwenken nochmal kurz das Thema, vom Elternteil mit, das Sohn ist jetzt glaube ich in der 9. oder 10. Klasse oder sowas. Die haben jetzt alle ein Gerät vorgeschrieben bekommen in der Klasse, beziehungsweise was sie halt kaufen sollten. Und da haben sie, ich glaube in der Empfehlung, einmal irgendwas Apple-mäßiges und Windows-mäßiges drin. Aber Linux, von da fehlt die weite, weite Spur. Und ich muss ganz klar sagen, da haben wir auch noch nicht wieder, in Anfangszeichen, dieses Gesamtpaket, wo man sagen kann, hey, schmeiß das drauf und dann funktioniert das alles mit Touch und dies und jenes. Klar, du kannst das alles einrichten, aber das braucht alles seine Zeit. Und da gibt es auch noch kein, jedenfalls was ich gefunden habe, wirklich zufriedenstellendes, fertiges Konzept im Schulbereich für vielleicht einfach Rechner, für Schüler oder vielleicht Studenten. Die können das dann meistens selber, die haben dann eh alle Art. Aber genau, meiner Ansicht nach ist da viel, viel auch noch in der Schule zu holen. Und dann schlagen wir eigentlich viele Fliegen mit einer Klappe, wenn die schon im Jugendalter daran gewöhnt werden und geschult werden, eventuell direkt mit LibreOffice und so weiter, haben wir dieses Umstellungsproblem gar nicht mehr. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein großer Schlüssel, in die Richtung zu kommen. Aber da reinzukommen ist auch schwierig, vielleicht auch sehr untankbar mit solchen öffentlichen Trägern auch nochmal. Wir haben nochmal eine Wortmeldung. Ja, also die Sache ist, es wird Excel gelehrt und nicht Tabellenkalkulation in den Schulen. Ja, das ist ein Riesenproblem. Da hat Microsoft einfach sowas von die Nase vorne aktuell. Und das ist schwierig, wenn du in die VHS guckst oder sowas, du siehst immer Excel-Kurse oder sowas, aber Excel-Kurse und nicht irgendwie Tabellenkalkulation oder LibreOffice-Calc und so. Und das ist auch ein Riesenproblem, meiner Ansicht nach. Ich bin beispielsweise gerade dabei, ich habe ja einen YouTube-Kanal, dort erstelle ich immer wieder Crash-Kurse. Also wo du innerhalb einer Stunde ein Programm richtig gut lernst. GIMP, das ist sogar mein erfolgreichster, irgendwie über eine halbe Million Klicks mittlerweile. LibreOffice-Writer war jetzt dran, jetzt kommt LibreOffice-Excel. Und äh, sehr schön. Ja genau, LibreOffice-Excel. Ne, Kalk natürlich. Und also da passiert schon was, aber da die Ressourcen zu bekommen und auch jemanden auch vom LibreOffice-Team zu bekommen, okay gut, ich setze mich ja jetzt mal mit dir hin, so nach dem Motto, weil ich weiß ja auch nicht alles. Das ist ja das Riesenproblem, du brauchst ja auch erstmal die Leute, die sich dann, na, wo du so eine Schulung überhaupt erstmal bauen kannst. Und ich glaube, das wird auch langfristig wichtig, da vielleicht auch ein bisschen mehr diese Lehrmaterialien vielleicht auch freier zur Verfügung zu stellen, damit dieses Wissen in Anführungszeichen auch an Lehrende gespreadet werden kann, dass die dann auch nochmal lokal besser dann in die Volkshochschulen, andere Kurse und so weiter, ist mir komplett egal, wie die das machen. Aber da fehlt glaube ich auch so, vor allen Dingen auch bei vielen von uns, denke ich jetzt mal, ich denke jeder von uns, ich weiß nicht, kann jemand, würde jemand von sich behaupten, dass er Kalk wirklich richtig, richtig gut kann? Ja, überall Kopf schütteln. Ich auch nicht. Ich kenne ihn nicht. Du kennst, es kennt jemand hier ein, der das gut kann, das ist sehr gut. Der macht nächstes Jahr dann, genau, das ist gepunkt, ja. Und von daher hat es schon, also ich glaube, da, allein das zu verstehen, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, so ein bisschen so die Rüge an LibreOffice, der Klaus saß hier gestern und hat teilweise zwei, drei Minuten mit der Hilfe von den Zuschauern, ich glaube ein paar haben es ja auch gestern mitbekommen, gebraucht, um diese eine Funktion wieder zu finden. Und so soll es ja nicht sein. Es gibt ja so diesen Grundsatz, die Maschine sollte dem Menschen dienen. und manchmal habe ich das Gefühl, ist das in unserem Bereich noch nicht so, bei Microsoft ist es nicht viel besser, aber vielleicht, ja, ist das vielleicht auch mal ein Ansporn, da einfach, ja, und da sehe ich beispielsweise bei LibreOffice einfach zu wenig. Gut, vielleicht fehlt auch die Manpower, ich muss mal, unten ist der Stefan auf jeden Fall, der ist im LibreOffice mit drin, muss ich mit ihm einfach nur mal reden, ja. Aber es ist schwierig, finde ich. Und das ist eigentlich ein weltweites Projekt. Aber gut, das wäre so weit von mir. Ich wollte noch mal ganz kurz zum Datenschutzthema von euch beiden. Ich argumentiere das immer so, wenn ich zum Beispiel mit einem Kunden oder ähnliches unterwegs bin, wenn ich etwas weggebe aus meiner eigenen Hoheit, ich komme nicht mehr ran, weil das irgendwo im Internet ist, abgesehen davon, dass unsere Infrastruktur hier teilweise immer noch ein bisschen, hm, ist, da rede ich nicht drüber, habe ich keine Kontrolle mehr drüber. Und dann ist es einfach nur noch im Falle eines Falles Paragrafenreiterei. Und habe ich dann was davon? So argumentiere ich immer. Also es wird schwierig, etwas aus der Hand zu geben. Und da tue ich auch immer mit Kunden relativ lange, wenn ich denn mal das mit Kunden ausdiskutieren darf, das ist ja auch relativ selten, weil ich ja eigentlich Level 3 Plus Support als Admin eigentlich gar keinen anrufen darf. Ich rede aber gern. Da bist du richtig. Ey, Quatsch. Also reden tue ich schon gern, aber das ist so immer mein Ansatzpunkt. Und gebe ich etwas aus der Hand, habe ich eigentlich schon verloren, wenn es Richtung Datenschutz und digitale Souveränität geht. Also das nochmal vielleicht als Denkanstoß. Und damit bin ich soweit an der Stelle durch. Du noch einmal? Also ich habe, also Datenschutz hat mich ja jetzt ja nochmal als Thema aufgegriffen. Datenschutz sieht man bei uns wahrscheinlich eher so als, das ist ja irgendwie doof. Das ist ja irgendwie immer so ein Hindernis. Das ist natürlich schwierig. Ich würde das insgesamt ein bisschen weiterfassen. Also einmal Datenschutz von wegen personenbezogener Daten. Also wenn man jetzt, wenn man so einen Dunstkreis hat, man hat seine Angestellten, da kann man natürlich vertraglich aushandeln. Die Daten werden an einen externen Dienstleister, ob das jetzt Microsoft oder sonst irgendwas weitergegeben. Mit Kunden kann man das wahrscheinlich auch noch vertraglich regeln. Aber alle anderen, das wird schon irgendwie schwierig, das legal umzusetzen. Und das ist so der Punkt, den man vielleicht noch so ein bisschen auf dem Schirm hat. Dann würde ich es auch noch so ein bisschen einteilen in Risikogruppen. Also im Schulsektor habe ich auch Projekte gehabt. Da hat man ja auch noch Minderjährige bei. Also Schüler sind überwiegend unter 18. Also Abitur kann man auch mit 19 machen, also 18, 19. Das kommt auch noch vor. Aber alle anderen sind ja noch minderjährig. Da würde ich sagen, die sind nochmal extra zu schützen, diese Daten. Vor irgendwelchen Zugriffen. Von daher ist es eine ziemlich blöde Idee, die Daten irgendwo hinzugeben. Ob das jetzt ein lokales Rechenzentrum ist oder noch viel schlimmer irgendwas anderes ist, was noch weiter weg ist. Das ist schwierig. Und Datenschutz, nochmal ein bisschen weiter gefasst, unabhängig von diesen personenbezogenen Daten, Geschäftsgeheimnisse. Die landen natürlich auch irgendwo drin. Und ich merke bei vielen Unternehmen, da macht sich überhaupt kein Kopf drum. Die hauen das irgendwo rein. Dann wird das irgendwo lustig rumverteilt. Und eine Firma, die ich jetzt nicht sagen möchte, also die hat mit solchen Aktionen auch schon Milliarden Verluste gemacht, weil die USA, also die, ihren eigenen Firmen helfen sie ganz gerne mal. Und dann ist so ein Auftrag doch an eine andere Firma gegangen. Also sowas kommt vor. Aber aus dem Schaden wurden die auch nicht wirklich klug. Da habe ich gefragt, darüber möchtet ihr jetzt kommunizieren? Finde ich eine dumme Idee. Aber wenn ihr das, also hier, ich setze euch einen Vertrag auf. Da steht das drin. Der Kunde möchte das unbedingt darüber haben. Ich halte es für eine dumme Idee. Natürlich so ein bisschen verklausuliert. Aber wenn ihr es wollt, dann machen wir es so. Und dann haben wir uns letztendlich darauf geeinigt, dann machen wir es über das Telefon. Das ist zwar natürlich auch nicht die bessere Idee, aber dann läuft es wahrscheinlich nicht über die USA irgendwie. Und, stimmt, wir haben noch ein paar Minuten. Zum Thema Schulen noch. Was ich da so mitkriege, das sind auch mehr oder weniger so die, vielleicht gibt es irgendwo Fälle, wo es super funktioniert. Weiß ich nicht. Habe ich nie kennengelernt. Das eine ist schon deutlich länger her. Da wurden irgendwelche Apple-Geräte gekauft. Für richtig viel Geld, weil gerade mal so eine Aktion war. Hier war das vielleicht noch Schulen ans Netto oder so. Also da gab es so richtig viel Geld. Und da wurde denn in einem Bundesland mal so richtig eingekauft, mal so richtig, richtig eingekauft, ein ganzer Schrank voll Apple-Laptops. Ich will nicht wissen, wie viel die Dinger gekostet haben. Damit konnte keiner umgehen. Also wirklich keiner umgehen. Und es gab für den ganzen Landkreis einen IT-Beauftragten, der sich darum kümmern sollte. Und pro Schule hatte er im Monat eine Stunde, zwei oder so. Resultat davon war, dass diese ganzen Laptops schön in einem Schrank aufgereiht waren und auch an den Netzteilen steckten. Also die haben zu 99,9% bloß Abwärme gemacht. Die wurden niemals benutzt, konnte keiner mit umgehen. Und die Kombination aus Datenschutz und proprietären Geräten, das wird in vielen Bundesländern ja gemacht. Da wird dann geschrien nach iPad und Co. Ich würde sagen, das ist nicht legal, das zu machen, von wegen Datenschutzgründen. Das geht nicht. Gerade bei der Kundschaft, den Schülern unter 18, ist das hochgradig problematisch. Und man kriegt das Zeug auch nicht verwaltet. Darum machen sich viele aber auch überhaupt keinen Kopf. Da sind es wieder ein paar einzelne IT-Leute, die auch so ein bisschen Datenschutz-Background haben. Und die werden von allen Seiten eigentlich in die Mangel genommen. Also von irgendwelchen Eltern, die ihr iPad kennen, die wollen unbedingt ein iPad haben. Auch wenn das Zeug total teuer ist, das können sich dann viele auch nicht leisten. Dann gibt es natürlich die Leute, die lieber Android haben wollen. Ist datenschutzmäßig auch nicht viel besser. Das kriegt man auch wahnsinnig schwer eingefangen. Mit ganz viel Bastelei und so weiter kriegt man es vielleicht irgendwie gemanagt. Mag sein. Und Microsoft ist genauso. Also die Probleme sind alle da, aber da werden beide Augen zugedrückt. Es kommt nicht drauf an. Das ist eigentlich eher so das Schlimme. Und wenn man jetzt sich eine heile Welt vorstellen würde, wo das alles wirklich einmal juristisch so geregelt ist, dass man es auch wirklich legal machen kann und auch wirklich die passenden Produkte hat, die nicht in die USA telefonieren, wo die Daten am besten lokal sind, die Schule am besten niemals verlassen oder so. Das haben wir nicht. Oder das könnte man machen, aber das interessiert keinen. Das ist so jetzt meine Erfahrung aus verschiedenen Projekten, aus dem Bildungsbereich mal so zusammengefasst. Ja, also das ist irgendwie so eine Gemengelage, die wahnsinnig kompliziert ist und es kommt nicht drauf an. Das finde ich eigentlich so deprimierend daran. Es ist irgendwie haarsträubend. Aber von daher braucht man sich vielleicht auch selbst gar nicht mehr so einen großen Kopf drum zu machen. Das Thema ist irgendwie durch. Also Datenschutz steht zwar auf dem Papier, aber es kümmert vor Ort eigentlich keinen mehr. Das ist traurig, aber das ist leider wahr. Gut, so, jetzt haben wir eigentlich keine Minute mehr. Ich wollte nur sagen, jetzt hast du noch mal die Stimmung ein bisschen gedrückt zum Ende, aber mein Gott, dafür haben wir schönes Wetter. Ey, Quatsch. Ich danke euch beiden mal wieder. Ich danke auch diesmal, das habt ihr mir vorhin ein bisschen genommen, Kiel, dass ich hier sein darf, die netten Leute hier mit im Raum. Wer Lust hat, den Podcast gibt es als Tuxflash auf Spotify zu finden, den gibt es auf YouTube auf deinem Kanal einmal, nicht der Weisheit letzter Schluss, einmal auf dem Kanal der Tux-Tage. Und damit danke euch beiden, danke euch und danke dann an die Zuhörer dann später.